Musik Hey, Livia! Wärst du wohl eine gute Polizistin? Eine Polizistin? Nee, ich weiß gar nicht recht. Hm. Entschuldigen Sie, bitte könnte ich mal Ihren... Ach, hallo, Maya! Hey, schön, dich mal zu sehen. Hallo, Livia! Na, bist du ganz fertig am Arbeiten? Hey, weißt du was? Ich wollte gerade nach Hause und Benni kommt auch gleich. Ich zeige dir mal mein neues Haus. Hallo, Holly! Hallo, Tante Livia! Schön, dich wieder mal zu sehen! Livia, das ist ja toll, dass du wieder mal bei uns vorbeischaust. Komm, gehen wir doch rein. Euer Haus ist ja spitze. Das sieht richtig, richtig schön aus. Wie könnt ihr euch das überhaupt leisten? Ja, du weißt doch, Benni und seine Firma. Ja, weiß ich. Die Couch ist richtig gemütlich und du bist ganz schön gewachsen, Holly. Ich muss dann mal, ne? Die Arbeit ruft. Bis bald, Tante Livia. Bis bald, Holly. Was, wenn ich einen reichen Mann heiraten würde? So wie du in dieser Zukunft, Benni. Ich habe ihn nicht geheiratet, weil ich ihn reich... ...wegen seines Reichtums, sondern weil ich ihn liebe. Jetzt tue ich das auch. Später wahrscheinlich auch. Das ist so toll. Hallo, Livia, Darling. Klaus, wie wunderbar, dich wieder anzutreffen. Und wie war dein Tag heute, Darling? Er war wunderbar, Schatz. Da war... Einen Moment, bitte. Da muss ich rangehen. Sorry. Hallo? Ja, ich habe neulich mit ihm gesprochen. Mhm. Wegen einem Meeting. Ja. Ja. Mhm. Warten Sie, wir... Ich muss schnell woanders hin, ja? Mrs. König? Ja. Ähm, ihr Baby liegt jetzt im Bett. Vielen lieben Dank. Das ist echt lieb. Hier bitte, da hast du 20 Euro. Oh, danke schön. Schönen Tag noch. Bis morgen. Ne, Maya, da werde ich lieber Polizistin. Hehe. Was denkst du, Livia, dass Benni und ich mal zusammenkommen werden und dass wir dann wirklich so ein schönes Haus haben? Keine Ahnung, Maya, das weiß ich wirklich nicht. Aber keine Ahnung, vielleicht schon? Ich meine, ich habe ja schon mal geträumt. Ne, du hast das geträumt. Davon hast du mir dann erzählt, als du auch mit Benni zusammen warst und da hattest du sogar auch Kinder. Ja, das hatte ich ja in diesem Traum von dir auch. Hm, keine Ahnung. Ich werde ihn mal fragen, was er dazu findet. Ja, mach du das. Hallo, liebe Kinder. Ihr habt wieder angeschaltet. Und es ist ja Neujahr. Das letzte Video von mir war auch im Januar 2018. Und das war ein Sonntag. Da habe ich sogar noch Weihnachten gefeiert, weil meine Patentante und meine Patenonkel hatten gar nie Zeit. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ja, jedenfalls, das habe ich im letzten Video nicht gemacht. Und im vorletzten auch nicht. Dann werde ich es jetzt mal machen. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken, was im Jahr 2017 alles möglich gemacht wurde. Und dass ich schon tausend Abonnenten gekriegt habe. Ich bin wirklich mega, mega, mega glücklich und dankbar. Und ich wollte einfach mal Danke sagen. Und ihr könnt hier abstimmen bei dem I. Ja, jetzt kommt es gleich. Da könnt ihr abstimmen, ob die nächste Folge mit Benni sein soll oder mit der Familie Tobler. Weiß auch nicht, war Schule oder so. Weil die Fähren sind ja vorbei, leider. Also bei mir zu Hause sind die Fähren schon vorbei. Bei euch vielleicht noch nicht. Bei der Familie Tobler ist es halt gleich wie bei mir zu Hause. Also stimmt jetzt ab. Und dann, wenn ihr Lust habt, schreibt mir in die Kommentare, was ich für eine Folge machen könnte. Keine Ahnung, eine Morgenroutine. Etwas mit Benni. Das würde mich interessieren, also eure Meinung zählt. Und wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren wollt, das ist kostenlos, klickt hier auf den runden Button. Und aktiviert am besten noch die Glocke. Hier habe ich noch ein weiteres Video verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.